Und jetzt sind wir natürlich wieder bei Enis und mit Papa Schlumpf. Okay, nächste Übung ist für die Oberschenkel- und Schnellkraft, Sprungkraft. Und los geht's. Komm. Und in die Hocke. Komm. Und weiter. Komm. So sieht das locker aus. Tiefer Arsch runter. Und zurück. Und komm. Hintern runter. Junge, Junge, Junge. Weiter. Arsch runter. Tiefer. Enis, tiefer. Tiefer. Komm, das sieht locker aus. So, jetzt eine Runde ohne Reifen. Und weiter. Komm. Eine Runde ohne Reifen. Und gib Gas. Tief runter. In die Hocke. Genau. Und hinterher. Komm, Aladin. Tiefer, tiefer, tiefer. Ehe, ihr seid so peinlich. Und zurück. Komm. Und komm. Hopp, 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 hopp. Ja, sieht locker aus. Tiefer, Enis, tiefer. Runter. Die Oberschenkel müssen brennen. Runter. Komm. Junge, komm mal her, du. Das ist eine lockere Übung, ne? Ja. Der hört sich an, die da ist weder für Arme. Okay, ladies and gentlemen, und der Reifen muss zurück. Bis später.